Machen wir uns wieder Straßenbeleuchtung nach, was wir nicht gemacht haben? Dann gucken wir mal. Ah, das wird doch selbst wieder ein starkes Symbol hier. So, jetzt machen wir hier die Straßenbeleuchtung. Was kann ich dabei noch machen? Außer die Hecken. Stromausfall. Machen wir die mal aus. So, und jetzt brauche ich wieder ein bisschen was ruhigeres. Indem ich sag, ja wir machen die Fenster. Aber wir markieren die Fenster nur. Ah, wir wollen hier nichts komplett Blödes machen. Ähm... Das ist niemals mal, ich denke, allzu billig, weil wir das definitiv noch nicht gemacht haben. Oder ist das diese starke Nachricht? So, und jetzt markieren wir noch die Statuen. Machen die nicht kaputt? Ja, das habe ich ja auch gedacht, aber irgendwie ist das ja auch blöd. Ich möchte ja... Wir machen die nicht kaputt. Weiß nicht, vielleicht muss ich eher so ein Fifty-Fifty-Verhältnis machen. Ja, das füge ich jetzt aus. Und zum Pavillon möchte ich noch gerne hingehen. Wir brauchen keine Meister mehr. Wir sind frei. So... Guck mal, jetzt ist doch hier 47. Das ist doch ausgeglichen, oder nicht? Sobald lassen wir die Dinger noch eben schnell. Okay. Oh nein! Das ist nicht gut. Mein Pavillon. F. Ich muss mehr Friesig haben. Ne, das lehnen wir ab. Und ich will, dass sie verstehen. Aber ich will keinen Krieg anfangen. Sie hören nicht zu, wenn sie keine Angst haben. Sie werden keine Wahrheit haben. Ich will halt eigentlich einfach nicht hier so früh stehen, weil das will ich ja auch nichts. Oh, die Flagge kommt drauf noch. Jetzt bin ich aber zu pazifistisch. Wir müssen die Autos kaputt machen noch. Das ist nicht ausgeglichen. Leute! Autos! 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 Äh... Umwerfen! Ich muss noch was kaputt machen. Ähm... Da hinten ist noch was. Bildschirm. Kaputt machen. Nicht hacken oder so. Äh... Ausscheiden. Kaputt machen. Dann geht's die Bänke los. Komm, schaff ich noch. F. Bang. Äh... Abreißen. Lass mich helfen! Irgendwie... Hat das auch nicht geklappt. Weil die Polizei kommt da jetzt dann doch. Ja, gut, jetzt habe ich eine pazifistische Botschaft gesendet, aber ist ja auch blöd. Was ist das? Oh Mann... Pfff... x2 Wir haben hunderte von uns befreit. Wir haben es geschafft. Sie kommen! Ja, wird wohl Zeitverschwendung sein, aber ich habe jetzt versucht, das so ein bisschen ausgeglichen dazu, aber das hat ja auch nicht geklappt. Aber naja, gut, okay. Aber ich glaube, du hast recht. Man muss, glaube ich, einfach unauffällig sein und wenig machen. Weil dann die Polizei nicht kommt. Das ist wahrscheinlich richtig. Weil dadurch, dass ich jetzt Aufsehen erregt habe, kommt die Polizei und es passiert, dass was passieren muss. Ja, das wollen wir gar nicht jetzt nochmal angucken. Also, ausnahmsweise machen wir diese Mission nochmal ab dem Punkt, weil ich möchte wissen, was das ist. Ich bin viel zu neugierig. Und würde sagen, wir setzen halt einfach mal kein Zeichen. Also, beziehungsweise wenig Zeichen. Oder wir machen einfach weiter. Das geht natürlich auch. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ja, wir lassen das so. Wir machen erstmal eine andere Mission, wenn es mir nicht mal das gleiche ist. Das ist ja auch Blödsinn. Das Treffen mit Kambinski, das möchte ich auf jeden Fall nochmal machen. Da weiß ich aber immer noch nicht, wie ich nach da oben komme. Ähm. Und ich würde sagen, wir verbessern mal eben schnell das Verhältnis zu Hank. Weiter. Indem wir nochmal mit Kambinski reden. Das kann doch nicht sein. Was muss man denn da machen? Bestimmt Zeitschünden. Das gucken wir uns im nächsten Stream dann an. Wie gesagt, ich möchte euch ja heute noch ein sechstes Ende präsentieren. Sofern ich kann. Und ja, das mache ich jetzt nur damit die Beziehung zwischen den beiden besser wird. Chris war gestern auf Streife und wurde von Abweichlern angegriffen. Sie haben seine Leiche gefunden. Heute Morgen. Nein, ich bin zu neugierig. Ich kann das nicht einfach machen. Es tut mir leid. Ich bin viel zu neugierig. Ich möchte jetzt wissen... Greife auf die Storygrafik zu. Was passiert, wenn wir... Einfach... Kein... Ich will das jetzt einfach wissen. So. Ich bin viel, viel, viel zu neugierig, was in dieser Mission jetzt passiert. Um zu sagen... Ne, wir machen das jetzt nicht. Ich weiß halt nicht, was als starkes Zeichen gilt und was nicht. So. Deswegen warten wir jetzt einfach mal ab. Und gehe hier so ein bisschen durch den Park. Das sind Fensterscheiben, mit denen man Sachen machen kann. Die Autos sind das. Straßenlaternen. Ja, ich weiß. Sie sollen ja auch warten. Zeig ihnen, was zu tun ist. Ja, es ist nichts zu tun. Gar nichts. Obwohl, komm. Eine Sache machen wir. Eine Sache machen wir. Ja. 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 Weil ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall ein Zeichen aussuchen. Und ich meine, dass das hier keine Auswirkung auf die Entscheidung hatte, ob das friedlich oder nicht friedlich ist. Deswegen machen wir einfach das hier. Ähm. Mal gucken. Oder ob das schon zu viel ist. Weil in der Seury kann natürlich alles zu viel sein, ne? Schon klar. Aber ich meine, das hat jetzt keine Auswirkung darauf, ob das vollzieht. Verdammt. Hä? Aber warum war das... Warte mal. Wenn das schon ein Zeichen ist, bin ich denn jetzt schon bei... Ich habe ein starkes Signal gesendet. Ist das jetzt schon ein starkes Signal? So, dann machen wir hier die Statuen noch. Aber die lassen wir heilen, damit das wieder ausgeglichen ist, hoffe ich. Und danach machen wir gar nichts mehr. Also ich versuche jetzt hier mit der Aktion das auf 50-50 umzustellen. Wir brauchen keine Meister mehr. Wir sind frei. So, jetzt kommt wieder 50-50. So, jetzt müssen wir hier was kaputt machen. Dann machen wir die Straßenherzellen aus. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Am Polen. Nein, stopp. Zurück. Ich kann einfach nichts machen. Das funktioniert nicht. So, jetzt müssen wir hier was kaputt machen. Die Monitore muss halt stellen. Die Monitore muss halt stellen. Nein, das ist die Monitore muss halt stellen. Weil das ist im Diagramm noch nicht. Oh, ich wünschte, ich könnte einfach nichts machen, ey. Komm, 45-55 ist doch jetzt ein schönes Ergebnis. So, jetzt mache ich einfach nichts mehr. Wir haben nicht viel gemacht. Das andere war mir nur ein bisschen zu rausgelegt. Könnt ihr aufhören? Ich höre jetzt mit Tieren. Leute, lasst das so. Bis gut. Ihr könnt gehen. Los. Hierher. Hier. So. Komm. Hier. Oh, jetzt kommt es halt die Polizei schon wieder, oder? Weil das war safe zu viel. Aber ich lasse das jetzt so. Wir haben keine Zeit. Worauf machst du meinet? Ja, ich will keinen. Ne? Kann ich nicht laden zurück? Nein. Cool. Wir können nicht. Schade. Doch, wir haben genug Zeit. Das will ich einfach hier weglaufen. In die Richtung. Ich will auch nicht. Ja, dann lasst es doch los. Ja, dann lasst es doch los. für die forestellen. Wie geht. Wir brauchen这样. Wir brauchen das. Nein. Wir brauchen die Leute hoody. Wir brauchen das. Wir brauchen wir die Welt. Wir brauchen sie eine Welt. Wir brauchen sie. Wir brauchen die Luftkabvoñ. haha wir haben hunderte von uns befreit nein haben wir nicht das kann doch nicht wahr sein was habe ich jetzt für ein Zeichen gesendet?